so ich hoffe ich bin wieder da weil selber auf meinen stream gucken hier ob dem so ist falls ihr mich hört oder seht einmal im kurz hallo sagen dann damit ich weiß okay das ist gut so der die aufnahme für youtube läuft auch schon wieder und ich hoffe sie bricht nicht wieder ab weil platz habe ich genug auf der platte von daher gibt das wenig sinn sehr schön ihr lieben sehr schön so ich stoße mal virtuell mit euch an prösterchen cola rum heute abend wobei ich schon nicht ganz cola zero rum weil cola ja für diabetiker eher unangebracht ist so dann versuchen wir es noch mal und sagen letzten checkpoint laden ich habe mir das mal obs einmal komplett neu gestartet und die kamera noch mal eben fettisch gemacht trotzdem trage ich mich warum das nicht geklappt hat zu starten ja toll jetzt hat er sich einfach nicht mehr bewegt ja das war jetzt ja auch wenn man wieder zu meinen start tut jibia was soll der scheiß ich bin angeschlagen alles ist rot ein riesen roboter verfolgt und beballert also selbst auf normal und ich spiel ja auch normal finde ich ist der schwierigkeitsgrad echt gut angestiegen alter könntest du mal da drunter durch krabbeln ich hab hier es nicht ich verstehe auch nicht warum er nicht gleich es leidet normalerweise müsste er es leiden normalerweise müsste es leiden und ich verstehe nicht warum er das nicht macht ich probiere es noch mal beweg dich wie beweg dich schneller bitte ich duke mich aber da passiert nichts man sieht ich bin genug ich komme da man willst du mich jetzt verarschen ich komme da einfach nicht oder durch ich ich duke mich regt das gerade ein bisschen auf ich will mal kurz in die einstellung gucken steuerung kontroller belegung sieht jemand von euchs leiden oder so ne sehe ich nicht was hast du ach so ja dass ich genug bin verstehe es gerade nicht ist mir gerade echt zu hoch wie ich solche stellen haste wo ich mir auch gar keiner schuld bewusste auch laut ja man leck mich ich weiß nicht was ich machen soll ich kann mich ich kann mich fuck mich das gerade ab bist du lebensmüde hier drüben du musst du kannst auch nicht stehen bleiben oder so ich weiß halt auch nicht warum er nicht leidet und einfach darunter durch krabbeln funktioniert nicht es funktioniert einfach nicht ist mir echt ein rätsel hurf форм nutzer ich sehe mich wie du bist ich sehe mich ich habe richtig wie mein Mir platzt gleich echt der Arsch. Ich verstehe nicht, was ich da falsch mache. Ich weiß es nicht, Conny. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas falsch mache oder warum mir einfach auch das Sliden. Normalerweise würde ich sagen, drunter durchsliden. Würde ich normalerweise sagen. So, und ich komme da nicht drunter durch, verdammt. Alter, mir platzt gleich der Arsch, ne? Ja, versuche ich ja schon. Aber hier, wartet mal, nochmal, Controllerbelegung. Also, äh, wo habe ich das denn jetzt gesehen? Ausweichen und Sprinten ist B und L1. Das ist schnelles Laufen. Und Duken ist ja, äh, warte. Wobei, hier ist es L, B und L. Und hier ist es, was soll denn der Scheiß? Hier ist es L, B und L. Aber das passt ja auch nicht. Wieso ist das doppelt belegt? Oder Lenker-Stick gedrückt halten und L. Und hier ist es, wo war denn das jetzt hier? Ausweichen, Sprinten. Ich weiß es nicht. Ausweichen mit den Bewegungstasten. Ich sehe hier auch nichts, wie... Äußere Nullzone, Ausweichen über Bewegungstasten an. Das Ausweichen, haptisches Schiebwerk, Controllerbelegung, Alternativ. Das hätte ich die ganze Zeit, wie ich die ganze Zeit benutze. Ich habe keine Ahnung, ne? Ich weiß nicht, was ich falsch mache. So, und wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren? Ey, ich schmeiß das Gamepad gleich in die Ecke, ne? Ja, aber die Duken... Da ist ja die... Warte, hier. Einstellung. Wenn du guckst... Duken. Wo waren das jetzt hier? Wo waren hier Duken? Ach, Moment. Moment. Ich probiere es nochmal. Schauen wir einfach mal. Mal gucken, ob wir dann auf mich zu ballern. Jetzt fangen an zu rennen. Und ich habe es gedrückt und es passiert genau nichts. Ey, ich hasse das. Ich kapiere es nicht. Ich kapiere es nicht. Also entweder nimmt er meinen Druck... Also den Tastendruck nicht an. Schnell. Auf die Beine! Lauf! Ich hab's geschafft, yippieiayay! Das wär jetzt schön, wenn du jetzt kommen würdest. Der Aufzug kommt! Bleibt so lange Deko! Ach, ich geschüße! Nett ist das alles nicht! Aufzug! Oh nein! Ist nicht euer fucking Ernst! Du willst das hart? Kannst du haben? Okay, ich hoffe, er hat das gespeichert. Ich hoffe, er hat das gespeichert. So wie das jetzt auch auf Zeit geht. Nein! Alter Fuck-Spiel! Fuck-Spiel! Es ist nicht euer Ernst, ne? Ich hoffe, ich krieg's jetzt gleich normalen. Hey, das ist alles nicht wahr! Also, gerade geht mir das Spiel grad richtig auf den Piss, ne? Wie? Nein! Also, gerade geht mir das Spiel richtig auf den Piss. Denn hätte es ja wenigstens speichern können. Hätte es machen können. Es speichert zu jeder Scheiße. Und ich wette, ich kann auch nichts für gespeichern. Lauf! Zu früh gedrückt! Zu früh gedrückt! Komm, töte mich! Komm, bring mich um! Alter! Komm schon, die! Auf die Beine! Lauf! Ich hab doch gedrückt! Ich habe gedrückt! Ey! Ich schmeiß das Gamepad gleich gegen die Wand und dann ist gut. Weil das ist einfach Kacke. Das ist einfach Kacke. Komm schon, die! Auf die Beine! Lauf! Oh! 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 Ich hab gedrückt! Ich bin beim Gucken, irgendwo habe ich noch ein Gamepad. Nein! Ich probiere mal das andere Gamepad. Vielleicht klappt das besser. Auf die Beine! Lauf! Oh! Oh! Das klappt genauso nicht. Das liegt am Stiel und nicht an meinen Gamepads. Ey! Es ist unfassbar. Wie soll ich das bitte schön machen? Wie soll ich's machen? Ich hab jetzt scheinbar einmal durch Zufall den richtigen Moment getroffen, wo ich mich duke. Das war auch mehr so ein bisschen Rumgeeiere. Und jetzt treffe ich den Punkt nicht mehr. Schneller! Auf die Beine! Lauf! Oh! 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 Komm auf, Zug, los! Da, da hab ich Zug flüge gedrückt. Da, da hab ich Zug flüge gedrückt.